Gott ist irrelevant, der Mensch ist irrelevant, das Ich ist irrelevant, die Irrelevanz ist irrelevant. Dann hörst Du von Dir selbst als ein kleines Gedicht in einer Geschichte, in einer Zeit, in der nichts stillsteht, weil es niemals kann, denn Zeit ist nichts anderes als Bewegung. Und für einen Moment erfährst Du Dich als unzufrieden und separierst Dich durch ein Gefühl deiner Individualität vom Ganzen. Und dann leidest Du darunter, weil Du Dich vermisst, als das Absolute, das Du bist. Du träumst einen Traum von Dir als Person, als Mensch, als Individuum. Und es scheint Dir so normal zu sein. Und die anderen Traumfiguren in Deinem Lebenstraum bestätigen Dich auch noch, ja, Du bist das. Du bist diese Person mit dieser kleinen Seele, die auf ihrem Weg ist zu Gott oder wo auch immer hin. Und Du willst Dich entwickeln und Du fängst zu suchen. Du interessierst Dich für dies und das. Esoterik, Exoterik, Spiritualität. Und Du betest zu Gott, dass doch Dein Leiden enden wird. Oder ob Du einen Porsche bekommst oder im richtigen Haus wohnst oder den richtigen Partner findest. Und wenn Du genau zuhörst, hörst Du Deine Stimme, während Du betest und sonst nichts. Da ist nur Stille, in der Geräusche entstehen. Es ist nur süßer Lärm Deiner selbst. Und Du nimmst an, es wär Deine Stimme, weil Du glaubst, es gibt Dich als ein Wesen, ein relatives Wesen, das mal wahr und sein werden soll. Oder glaubst Du, Du bist ewig, aber nicht in dieser Form. Und dann setzt ja wieder das Programm ein, das die Worte interpretiert. Und ganz einzigartig, auf Deine einzigartige, individuelle Weise interpretierst Du jedes Wort, das durch Deine Gehirngänge winden sich winden mag. Und Du hast Bilder und Gefühle dazu. Oder auch nicht? 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 Ist es noch zwei, ein paar Stellung ramadas. Oh ja. deckfen wir hinten.